Musik Oh, hallo Freunde, willkommen in meinem Spielzeugkindergarten. Ich habe schon alles für den Unterricht vorbereitet, aber die Spielzeuge sind ja noch gar nicht da. Schneller, schneller, wir sind spät dran. Prima, da sind sie ja. Lasst uns mal zählen, wie viele es sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wir sind vollzählig, der Unterricht kann beginnen. Nicole, was machen wir denn heute? Heute lernen wir, welche Berufsgruppe bei verschiedenen Notfällen uns zu Hilfe kommt. Schaut mal, das ist ein Stau. Aus dem Weg, ich habe Vorfahrt. Quatsch, ich darf zuerst fahren. Ich habe es aber eilig, ich muss ein Auto abschleppen. Wen müssen wir in so einer Situation rufen? Ich weiß es nicht, mal überlegen. Ich weiß es, ich, die Polizei. Das ist richtig, und zwar die Verkehrspolizei. So, was ist hier denn los? Ich habe Vorfahrt, aber er lässt mich nicht durch. Mal sehen. Ein Abschleppwagen. Ja, du darfst zuerst fahren. Danke, Polly. Wie ihr seht, hat der Stau sich aufgelöst. Die Verkehrspolizei regelt den Verkehr. Noch ein Notfall. Schaut mal, das Dachgeschoss brennt. Wen müssen wir in so einem Fall rufen? Die Feuerwehr. Das ist richtig. Und da kommt Marcel auch schon. Der Brand ist gelöscht. Das Auto ist aber schnell. Oh je, ein Unfall. Aua, mein Kopf. Geht's dir gut? Wir müssen einen Krankenwagen rufen. Wenn sich bei einem Unfall jemand versteht, verletzt kommt der Krankenwagen zur Hilfe und bringt den Verletzten auf dem schnellsten Weg ins Krankenhaus. Und die Verkehrspolizei kümmert sich um den Rest. Geht's dir gut? Ja, ja, mir fehlt nichts. Unser Unterricht ist zu Ende. Ihr könnt jetzt im Garten ein bisschen spielen und ich mach solange was zu essen. Juhu. Ich mach heute Burger. Zuerst das Burgerbrötchen. Das ist die Unterseite. Und das die Oberseite. Und jetzt mach ich den Rest. Käse, Tomate, Blattsalat und Frikadelle. Frikadelle, Käse, Blattsalat, Tomate. Die Burger sind fertig. Fang, Jeff. Das Essen ist fertig. Juhu. Guten Appetit. Und während die Kleinen essen, bereite ich die Bettchen fürs Mittagsschläfchen vor. Unterdecken. Kissen. Und zudecken. Und zudecken. Ich bin müde. Ich auch. Warte, Schorsch. Ich helf dir. So. Zudecken. Schlaft gut und träumt was Schönes. Freunde, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von meinem Spielzeugkindergarten wieder. Tschüss. Tschüss.